Eines schönes Tages in der Eiswelt, an einem sonnigen Tag, begegnen sich der Eisdrache, der Schneewolf und der Silbelzahlentiger und wollten ihre Langeweile vertreiben. Hallo Eisdrache, was können wir denn heute machen bei der Langeweile? Ich weiß, ich weiß, ich weiß, wie Luchsen der Schattenwelt die Superwaffe werbt. Ja, das finde ich eine gute Idee. Los geht's in die Schattenwelt. Doch wir müssen aufpassen, dass uns keiner entdeckt, sonst werden wir vielleicht in einen Kampf verwickelt und darauf habe ich heute keine Lust. Na klar, wir schleichen uns ganz leise und langsam in die Schattenwelt. Los geht's! Ich bin ja nicht blöd, ich gehe doch nicht zu Fuß. Ich fliege einfach. Der Eisdrache wieder. Der ist zu faul zum Laufen. Das seh ich genauso. Wo bleibt er denn? Nicht so schnell! Schnell verstecken! Ich habe gesehen, dass einige aus der Lava-Welt uns entdeckt haben. Oder die wollen auch nur spazieren, ich weiß nicht ganz genau. Währenddessen in der Lava-Welt steht der Lava-Golem, der Lava-Dämon und der Höllenhund in der Gegend rum. Ich habe gesehen, dass drei Wesen aus der Eiswelt von Eldrador in die Schattenwelt gegangen sind. Was meinst du denn, was sie davor haben? Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, die wollen die Superwaffe. Die Superwaffe? Hat die Schattenwelt die Superwaffe? Ja, 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 ja! Dann sind wir doch schneller als die Blöden aus der Eiswelt, oder nicht? Und wir sind auch noch schlauer. Lass uns in die Eiswelt gehen, in die Schattenwelt gehen. Schnell verstecken! Warte, 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 ich komme! Hopp, hopp, hopp! Hey, ich habe gerade gesehen, wie der Lava-Golem hinter den Hügel gesprungen ist. Die wollen uns bestimmt unseren Plan vermiesen, doch das lassen wir uns nicht gefallen, oder? Nein, ich mache mal einen Rundflug und sehe, ob du recht hast. Ja, da unten ist der Lava-Golem und der Hüllenhund und der Lava-Dämon. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Die haben uns gesehen! Wir müssen angreifen! Los geht's! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Nein, ich muss wegfliegen! Meine Flügel, meine Flügel! Oh nein, oh nein! Irgendwann kam, wenn gange ich. Ähm, hat er sich die ganze Zeit der Schattenwelt in einer Höhle versteckt und alles beobachtet. Die haben vor uns eine Superwaffe zu stehlen und ich bin ganz alleine. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich weiß, ich weiß. Ich suche mal einen Stock, der so aussieht wie eine Superwaffe und dann trickse ich sie aus. Da ist einer. Hallo, 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 ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Na, 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 na. Ich hab was gesehen, ich hab was gesehen. Da hat die Superwaffe im Maul. Was? Was? Dann schnell hinterher, 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 hinterher. Schnell, schnell abhauen, schneller liegen lassen, schneller abhauen, komm, wir stecken, wieder in eine Höhle. Da hat mich auch vorhin keiner gesehen. Ich hab auch gesehen, dass der eine Superwaffe im Maul hatte. Ich hab's zuerst. Nein, ich, nein, ich, nein, ich. Ach, das ist ja gar nicht die Superwaffe. Gar nicht die Superwaffe. Ach, hat er uns ausgedrückt. Raus aus unser Festdurm. Geht in eine Höhle zurück. Der bleibt hier. Der sucht. Jetzt hat er mich gerade allein gelassen. Ich muss schnell weg. Wir müssen unseren Gefährten helfen. Der hat seine Flügel verloren. Lass uns helfen und sie wieder, äh, äh, ihn wieder fit machen. Danke, dass ihr zurückgekommen seid. Die Superwaffe, habt ihr sie? Nein, nein, das war ein Fake. Er hat uns reingelegt. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht werden dann andere Welten die Superwaffe in den Klauen halten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, damit ihr weitere tolle Videos von uns nicht verpasst. Wenn ihr Freunde habt, die auch Spaß an diesem Video haben könnten, dann teilt es gerne mit ihnen oder schaut es euch gemeinsam an. Ansonsten fragt gerne eure Eltern, ob ihr noch ein Video von uns anschauen dürft. Bis dahin, schöne Grüße und vergesst nicht, spielen macht Spaß. Bis zum nächsten Mal.